So meine Freunde, es ist still heute und das liegt daran, dass es mitten in der Nacht ist und es geschneit hat. Genauso wie hier in Minecraft ist gerade die Situation bei mir. Ich bin gerade nach Hause gekommen, ich war tatsächlich unterwegs, ich habe eigentlich im Prinzip nur einen richtig nice Abend mit einem Kumpel verbracht. Das habe ich gebraucht, Leute, glaubt mir das. Die meisten sollten das ja mitbekommen haben, dass ich jetzt jeden Tag zwei Videos mache. Und das ist, was es gesagt hat, das ist eine Heidenarbeit. Also ich kam bis jetzt im kompletten Dezember noch nicht aus dem Haus quasi, natürlich ab und zu, aber ich habe nichts wirkliches gemacht. Und deswegen verzeiht mir, dass dieses zweite Video heute ein bisschen was anderes wird, aber ich wollte das sowieso machen. Und ja, das bietet sich jetzt genau an, jetzt wird hier natürlich gerade Tag, das ist eigentlich kein Problem. Ich möchte dann, wie ihr im Titel seht, euch eine Frage stellen und zwar, interessiert euch Minecraft? Wollt ihr was sehen in den Dezember-Videos? Wollt ihr was sehen von diesem Spiel? Ich habe eine Menge Leute, die mitspielen würden. Meine konkrete Idee war, denn ihr müsst wissen, ich mache mir sehr viele Gedanken über Video-Ideen. Denn wenn man 62 Videos in einem Monat machen muss, muss man auch eine Menge cooler Ideen haben. Denn das ist immer mein Vorsatz, ich möchte gute Videos liefern. Jedes einzelne Video soll verdammt geil sein. Und deswegen habe ich 10.000 Ideen, die ich aufgeschrieben habe, die ich mit meinen Moderatoren besprochen habe. Und ja, das ist eine davon und die möchte ich euch jetzt mal zur Abstimmung rausgeben. Ich möchte von euch wissen, wollt ihr eine Art Minecraft-Projekt sehen? Meine Idee wäre gewesen, irgendwie ein Schneegebiet wie hier oder so, alle mal hinzukriegen und dann sozusagen eine kleine Weihnachtsstadt hier aufzubauen. Vielleicht im Stream, vielleicht in Videos, alles Mögliche ist. Ich habe mir jetzt nicht mehr gedacht und ich würde dann einfach die coolsten Momente zusammenschneiden. Das wäre meine Idee für dieses Minecraft-Projekt. Das ist die Frage, wollt ihr sowas sehen? Habt ihr Bock auf Minecraft oder soll ich lieber PvP bringen? Oder habt ihr Bock auf dieses kurze Projekt hier an Weihnachten? Oder zu Weihnachten? Ja, das ist im Prinzip meine große Frage für dieses Video. Und ich hatte mich jetzt schon mal erkundigt, hier auf dem Server. Das wäre jetzt unser Realm. Und ich würde vielleicht einfach mal gucken, wer alles mitmachen würde. Also wir werden locker zu 6, 7 oder so. Und würden dann locker hier so ein kleines Weihnachtsstädtchen aufbauen oder so. Die Frage ist, wollt ihr sowas sehen oder interessiert euch das nicht? Weil ich brauche das ja nicht machen, wenn ihr alle sagt, ja das ist Minecraft. Warum spielt ihr so Minecraft so? Wisst ihr, was ich meine, wenn ihr darauf keinen Bock hättet? Ich persönlich hätte Bock drauf und viele andere auch. Nur es ist recht schwer umzusetzen, bin ich ehrlich. Das ist ein größerer Planungsaufwand. Und dann ist halt die Frage, ob ich überhaupt noch Leute am Start habe, die Minecraft sehen wollen. Und deswegen hier dieses Video. Und ja, soweit ist so gut. Also ich glaube jetzt, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, hoffentlich anbordet ihr mir. Hoffentlich gebt ihr mir ein bisschen Feedback und ein bisschen eure Meinung. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Ja, ich stelle mir hier gerade so ein bisschen was vor. Hier so eine schöne Hütte oder ganz viele Hütten, die jetzt hier gebaut werden. Vielleicht ein Gemeinschaftsweihnachtsbaum. Das kam auch als Idee schon auf. Hätte ich Bock drauf, aber ich würde es halt echt nur machen, wenn ein paar von euch sagen, ja, darauf hätte ich Bock. Macht das, Mario. Ja, da bin ich jetzt mal sehr auf eure Reaktionen gespannt. Das soll es auch schon gewesen sein. Sorry, dass ich jetzt dieses Video nicht aufwendig gestaltet habe, jetzt hier nicht super viel gecuttet habe. Ich wollte euch nur diese Frage stellen. Und euch ein bisschen zeigen, was sozusagen drin wäre. So, das soll es auch schon fürs Video gewesen sein. Ich wollte nur fragen, was ihr dazu sagt. Und ja, ich denke mal, ich bin jetzt erstmal aus. Sorry für dieses nicht ganz so aufwendige Video. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt endlich mal gefragt. Und ich mache das nur, wenn ihr wollt. Und wenn ihr es wollt, dann werde ich es aber machen. Also, wenn es klappt, dann würde ich eine Abstimmung machen. Und ja, was halt gewinnt, gewinnt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.